Ich bin der Marc, komme aus dem Zwirn. Meine Hobbys sind Schauspielerei und Bühnen- und Fernsehauftritt. Oder wir verrufen beim Beruf Schlagersänger. Und du bist hier mit alle meine weiblichen Fans. Marc, nicht ausruhen. Du bist an der Reihe. 750. Na, welchen Konsonanten? Das ist Karikon. Das war... Bin ich doof? 50 Sekunden. Idiot. Vollidiot. Scheiße. Das gehört eine ganze Nation. Ach, wie ärgerlich. Das sagt es der blonde Schlagerhecht noch selber. I wie Idiot wäre die richtige Wahl gewesen. Ist auch gleich fünfmal vorhanden. Ich hänge das mal auf. Und auch die anderen Buchstaben wären eigentlich gar nicht so schwer gewesen. Alle direkt aus seiner Erfahrungswelt. Zum Beispiel das U wie untalentiert. Oder auch das W wie Wahnsinn, Windbeutel oder Wichser. Das E wie ekelerregend, Einfallspinsel oder Entenarsch. Das ist gleich siebenmal dabei. Oh, da hat Maren was falsch gemacht. Ich korrigiere das nochmal. So. Und auch der Begriff, der gesucht wurde. Extra für ihn ein Ereignis aus seiner näheren Zukunft. Zum Schluss noch das S wie Schlagersänger, Scheiße labern oder Sackgesicht. Und voilà. Hätte er doch eigentlich drauf kommen müssen, oder?